Lean Startup, Lean Canvas, Lean Management, überall Lean. Aber was bedeutet dieses omnipräsente Buzzword überhaupt? Bringen wir Licht ins Dunkel. Übersetzt bedeutet der Begriff Lean schlank. Er kommt eigentlich aus der Automobilbranche und wurde in den 90ern durch das neue Produktionssystem von Toyota geprägt. Lean Management beschreibt Methoden zur Gestaltung der gesamten unternehmerischen Wertschöpfungskette. Ziel ist es, Werte ohne Verschwendung zu schaffen. Das beinhaltet sowohl eine nutzerzentrierte Herangehensweise als auch eine ressourcenschonende Umsetzung. Das gelingt zum Beispiel durch eingehende Forschung, genaue Prozessdefinitionen, klare Verantwortlichkeiten sowie die stufenweise Entwicklung und Überprüfung von Ergebnissen. Weitere Buzzwords wie der Lean Canvas und das Lean Startup folgen diesem Anspruch. Sie sind spezifisch ausgerichtet auf die Definition und anschließende schlanke Umsetzung einer unternehmerischen Idee. Weiterführende Infos und Lesetipps zum Thema Lean findest du unter diesem Video. Bis bald!